So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Video an zum Placement und wir werden uns das einmal reinziehen, ja, zwecks Placement, was er so rausgehauen hat, was er so sagt und wir werden so ein bisschen dazu mitschnacken, würde ich sagen. Meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei Eikuchen. Ich habe hier übrigens umgestellt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Sieht jetzt viel ordentlicher aus, oder? Naja, es sieht, also ich weiß nicht, bin ich, bin ich euch ehrlich, ich finde, das ist kein ästhetischer Hintergrund. Aber ich glaube, das macht nicht das hier im Hintergrund, sondern zum einen, hier fehlen überall, also ich persönlich würde es feiern, wenn hier noch Lichter dran wären, Real Talk. Und hier diese Softboxen, vor allem das Ding, das sieht aus, als wäre es kaputt. Ich hatte auch mal so eine Softbox, aber die habe ich irgendwie, achso, die ist auf meinem Schrank. Aber dieses Strohhut-Lampending, also wirklich bei aller Liebe, das hat nichts mit Ästhetik zu tun, genauso auch, dass das weiß ist und dass das schwarz ist. Außer die ganzen Zettel, die hier liegen, die natürlich nicht. Ja, aber ansonsten sieht es jetzt aufgeräumt aus, ja, das stimmt schon. Ich habe Pflanzen gekauft, die man, ja, das sind sogar noch ein bisschen Dinge, aber ein bisschen Wasser geht immer, ne, sind auf jeden Fall ganz nice. Und, ja, ich habe hier mal so ein bisschen generell aufgeräumt, das sah mal so unten Dinge aus. So, dass euch das auffällt, ich habe aufgeräumt. Ey, Leute, ohne Scheiß, ne, seitdem ich umgezogen bin hier in die Wohnung, räume ich einfach jeden Tag auf. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das mache. Also, ich meine, hier liegt auch noch ein Zettel auf meinem Tisch, aber ich räume jeden Tag auf, weil ich mir so denke, es ist einfach, man fühlt sich wohler, wenn aufgeräumt. Mali, was machst denn du? Hallo? Geräumt. Ja, das war wirklich ich. Das ist krass. Okay, heute im Video geht es auf jeden Fall darum Dinge, die mich bei Placements aufregen. Da muss die wahrscheinlich etwas genauer sein, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst in den Titel schreiben soll. Es geht vor allem um Dinge, wenn Firmen, die erzählen wollen, wie Videos auf deinem Kanal besser ankommen. Was ich halt wirklich einfach, wie Videos auf deinem Kanal besser ankommen. Wenn Firmen, die erzählen wollen, wie Videos auf deinem Kanal besser ankommen. Schwierig. Was ich halt wirklich einfach mega nervig finde. Lexa. Was halt immer mal wieder passiert. Die schlimmsten Beispiele da sind zum Beispiel auch so Raid Shadow Legends, die ich halt mitbekommen habe. Die wirklich super viel immer abgeändert haben wollen, was ich teilweise halt wirklich nicht verstehe. So, das Ding ist, für die Leute, die anfangen, dass man jetzt auf 8 Minuten strecken kann. Bei einem Placement bezahlt ich quasi eine Firma, damit sie eine extra Integration in dein Video bekommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, jo, heute geht es um C-Max und dann sage ich zwischendrin nochmal, jo, das ist übrigens NordVPN, holt euch das. Das ist ein Placement. Ich habe 20.000 aufgeschlossen. Will natürlich dann auch, dass sich Leute halt anmelden natürlich, dass sich das für die lohnt, dass die dann wieder bei mir buchen. Dann geht das Video halt quasi normal weiter und dafür kriegt man halt extra Geld. Und habe ich schon in einem anderen Video gesagt, also zum Beispiel NordVPN, super entspannt. Also ich schicke das dahin, außer wenn ich jetzt irgendwie was Falsches beim Preis gesagt habe, weil sich das geändert hat oder so, sind die super entspannt, die lassen alles durchgehen. Das erste Placement, was ich hatte, da muss ich... Ich höre NordVPN, die... Tim hat ein riesiges Glück mit NordVPN, weil das wirklich eine geile Firma ist. Also nicht nur, dass es was Sinnvolles ist. Bei NordVPN ist es halt auch so, wenn du ein monatliches Placement hast, glaube ich, jeden Monat oder alle paar Monate macht er ein Placement für NordVPN und bekommt dafür halt, sage ich mal, ganz gutes Geld im Monat. Und wenn du halt wirklich monatliche Einnahmen hast durch eine Firma, die dich bezahlt mit dem Placement, was nicht verwerflich ist, dann hast du eigentlich ein Checkpoint gewonnen. Es ist einfach so. Da muss ich ein bisschen was ändern, aber da wusste ich auch nicht so ganz, VPN, da muss ich erstmal auch genau wissen, was soll ich jetzt eigentlich sagen. Davon abgesehen haben die noch nie irgendwas beanstandet, dass sie gesagt haben, oh, das geht aber gar nicht. Doch einmal habe ich das falsche Screenshot eingeblendet, da habe ich einfach das Logo von einem Konkurrenten von NordVPN drin. Das ist mir nicht aufgefallen. Da haben die so gesagt, das ist unser Konkurrent, könntest du das abändern. Aber sonst bin ich zum Beispiel halt mega entspannt. Dann gibt es halt aber zum Beispiel so Firmen wie Raid Shadow Legends tatsächlich, die wirklich halt die ganze Zeit irgendwas geändert haben wollen, wo ich mir halt selber so eine Frage stelle. Das Ding ist, natürlich müssen beide irgendwie halt zusammenkommen. Ja, Lucille, danke dir. Normalerweise weiß doch der YouTuber, was am besten auf seinem Kanal ankommt. So, und das Ding ist, ich weiß gar nicht mehr, bei Raid habe ich irgendwie dann so ein paar... Ey, ich muss aber sagen, gerade jetzt mein letztes Video, was so extrem abgeht, also wirklich, das geht extrem ab für meine Verhältnisse. Ich hatte lang kein Video mehr, was so abgegangen ist. Ähm, also ich glaube nicht mal, das Paluten-Video ist so krass abgegangen, aber ich war absolut skeptisch. Ich wusste nicht, ob dieses Video mit dem Kanal mitreden, ob das wirklich gut abgehen könnte. Es ist gut abgegangen, Alter, Alter, Alter. Okay, ich hätte, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dann gleich so brutal wird. Wichtige Sachen gesagt, obwohl ich wusste, das interessiert halt meine Community, wie das läuft, bla bla bla. Da wollten die das irgendwie raushaben und einfach billiges Gameplay mit drin haben. So, und ich meine, Raid ist jetzt... Wie, Frosé. Also nichts gegen Raid, das Spiel an sich habe ich echt bestimmt 20, 30 Stunden gezockt. Also ich fand das schon so für Nebenbeizocken halt ganz cool. Aber das ist auch nicht, wo jetzt viel Action abgeht. Also das ist halt ein rundenbasiertes Kampfsystem. Zum Beispiel 3 gegen 3. Dann greift der eine an, dann greift der andere an, dann greift der andere an und das geht halt immer so weiter. Und dann machst du halt deine Attacken. Das ist nicht so ultra-actionreich, dass du jetzt voll Adrenalin geladen bist und da die Knöpfe drückst. Sondern du drückst, dann ist der Gegner dran, dann drückst du wieder was. Dann ist der Gegner dran, dann guckst du wieder die Spells an, dann guckst du, was am besten ist und machst dann den nächsten Spell so. Und das ist halt nicht wirklich so super spannend. Und genauso haben die zum Beispiel auch schon aufgenommenes Footage gehabt, was allerdings nicht wirklich das Spiel widerspiegelt, sondern was dann halt irgendwelche Animationen oder sowas waren, wo ich mir auch dachte, Bro, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Placement habe im Video über irgendeinen App oder sonst irgendwas, dann will ich doch wissen, worum geht es, wie sieht das aus, wie spielt sich das. Ich will nicht irgendwelche komischen Animationen drin haben, die halt keinen interessiert, die vielleicht ganz nett gemacht sind, aber die halt nichts über das Spiel aussagen. So, was bringt es dir, wenn du da siehst, wie irgend so ein Kämpfer da irgendwie zack, so fünf Leute gleichzeitig besiegt, dann fliegt der in die Lüfte, dann kriegt der so ein Hammerding und das kommt im Spiel gar nicht vor. So, was will man damit? Also ich verstehe immer nicht, was solche Firmen halt dann damit wollen. So, und ich meine... Ich finde es auch sinnvoller, einfach direkt das Spiel vorzustellen, anstatt irgendwelche Animationen, die nicht im Spiel vorkommen. Also es ist halt sinnvoll, wenn jetzt irgendwie auch in der Werbung irgendeine Vorstellung kommt von einem Spiel und zum Beispiel bei COD oder sowas und ich sehe, wie die Leute dann laufen und wie so ein Film das gemacht ist, denke ich mir so, das beeindruckt mich gerade zu 0,0%, weil man nicht sieht, wie das Gameplay an sich ist aus der Ego-Perspektive. Und man will es ja sehen aus der Ego-Perspektive, um zu schauen, ja, wie lässt es spielen oder wie sind aus der Perspektive Neuigkeiten dazu gekommen. Aber es bringt dir halt nichts, wenn da ein Film gemacht wird, weil es juckt dich halt einfach nicht. Ich finde, das Wichtigste ist zum Beispiel, das hat sich auch gezeigt... Ah, Nico, grüß dich. Danke für den Follower. ...habe ich ja auch Feedback bekommen, wenn ich mehr Anteile habe, wo ich zu sehen bin, kommen die im Durchschnitt immer besser an, weil das einfach persönlicher rüberkommt. So, ich meine zum Beispiel, früher habe ich ja mal Placements gemacht gehabt, wie zum Beispiel War Robots und Vikings. Das war ja damals in den Facebook- und Lawu-Fates, glaube ich, drin, was halt super wack war. Weil ich hatte halt Fail, danach kam einfach nur Footage von dem Spiel, ohne dass ich irgendwie vor die Kamera gegangen bin oder sonst irgendwas. Dann habe ich erzählt, was das ist und dann war es abgeschlossen. Super williges Placement, wenn man so drüber nachdenkt. Ach, der alte Schnitt war schon heftig. So, und das hat natürlich dem wahrscheinlich nicht so viel gebracht, weil das einfach nicht persönlich rüberkam und auch nicht gepasst hat. Heute vor der Kamera ist das natürlich was anderes, weil alleine, wenn schon wirklich jemand mit euch spricht und ihr das seht, wie euch jemand etwas, ja, andrehen möchte, ist ja eigentlich so. Ich will ja, dass ihr euch die Sachen dann holt, ist ja klar. Ihr unterstützt mich übrigens. Deswegen wäre es cool, wenn ich irgendwas bewerbe, vielleicht auch kostenlose Dinge wie Apps und so. Wäre mega cool, wenn ihr die einfach über meinen Link runterladet. Ihr müsst die nicht mal spielen oder spielt die fünf Minuten, dann passt das. Einfach nur, dass die dann halt sehen, jo, da haben viele Leute sich das runtergeladen. Würde mich auf jeden Fall unterstützen. Ich kriege zwar dann keine Bonuszahlungen oder so, aber dann meistens ist es halt so, dass man dann, dass die nochmal buchen. Wenigstens. Ja, die sehen die Statistiken, wie oft über den Link gedownloadet wurde. Und dann sagen die sich, ja, lohnt sich das, mit dem weiter zu kooperieren oder nicht? Selbst wenn es jetzt nicht so unglaublich viele sind, ein bisschen weniger Geld vielleicht aber, oder vielleicht mehr. Jo, Lukas, danke dir. Viel Spaß in der Schule. Mit einem zusammen, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ihr könnt es danach auch wieder löschen. So, das ist vollkommen egal. Aber, ne, wenn ihr mich feiert, wäre cool, wenn ihr jetzt, ne, ich habe ja vielleicht am Sonntag so hochgeladen, was kostenlos war. Vielleicht guckt ihr da mal rein. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, wobei, da finde ich sogar nicht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die haben ja auch dieses Headball gemacht. Das ist halt hart. Ähm, quasi mit Fußball. Fand ich auch sehr nah. Das habe ich echt gezockt. Tatsächlich auch eine Zeit lang mit, ähm, Marvin. Marvgo. Omji. Bester Mann auf jeden Fall. Ähm, genau. Auf jeden Fall, ähm, bei Raids dann halt auch so, dass die halt immer wirklich geändert haben wollten und so. Und wo ich dann auch gemerkt habe, Alter, ich mache ein in sich stimmiges Placement, das mir jetzt ein, zwei Sachen abändert. Okay, ist ja in Ordnung, kann man machen. Ja, Mann. Dann wollten die immer mehr Gameplay, dann wollten die die Szene haben, dann wollten die das da drin haben, wo ich mir so denke, guck mal, es ist doch mein Kanal. Ich weiß doch, was am besten bei mir ankommt. So, dann lasst es mich doch auch zumindest zu einem Punkt so machen, wie ich das halt möchte. Ob da jetzt fünf Sekunden mehr Gameplay ist, wird meine Community nicht interessieren. Aber es interessiert die, ob die mich da sehen oder nur das Spiel. Äh, also ich verstehe Tim da definitiv. Man selber weiß eigentlich, wie die Community tickt und was denen am meisten gefällt. Jedoch muss man auch das aus der Firmenperspektive sehen. Die gucken sich ja jetzt nicht jedes Video von Tim an und denken sich so, ja, die Community ist so und so und jeder kennt den Humor von Tim. Ähm, die wollen natürlich als Firma möglichst... Seriös rüberkommen und ihre Sachen mit einbauen. Ja, also man muss das schon verstehen. So, und ich meine, gut, ich hatte jetzt zwei Placements für Raid. Also anscheinend war es jetzt auch nicht so unglaublich schlecht, was ich da abgeliefert hatte. Aber da habe ich mich natürlich dann trotzdem auch gefragt, so, was wollt ihr jetzt? Lifebu. So, ne, und sowas ist natürlich halt einfach mega nervig. Dann, ähm, was mich halt auch mega aufregt generell bei Placements, abgesehen davon, wenn man natürlich sehr viel geändert haben möchte. Wie gesagt, das soll man auch nicht falsch verstehen. Wenn man jetzt ein, zwei Änderungen hat oder man ist nicht komplett zufrieden, ist das ja okay. Aber es geht wirklich so um diese Änderung, wo jeder, der objektiv drauf guckt, halt sieht, das macht keinen Sinn, das macht das Placement einfach schlechter auf dem Kanal. Und das checken viele Firmen halt nicht, weil die sagen, oh, da muss aber unbedingt mehr Gameplay rein, obwohl das nichts dazu beiträgt und das Ganze runterzieht. Aber denen ist das so wichtig, dass man es machen muss. Ich meine, mir ist es im Endeffekt egal, ich kriege mein Geld sowieso, ob das jetzt einer runterlädt oder tausend, ne, aber ich meine, ich will ja auch, dass die ihr Geld gut investieren, damit sie es wieder machen. So, ne, das möchte ich ja schon eigentlich. Ähm, die mich halt mega aufregt, sind halt so diese Dumpingpreise, ähm, wenn man wirklich absolut respektlos mit Creatern umgeht, was halt Preise angeht. Das Ding ist, ich habe zum Beispiel jetzt von einer Firma, ich werde jetzt deren Namen nicht nennen, weil vielleicht arbeite ich mit denen zusammen, weil wenn die einen okayen Preis hauen, bin ich dabei, das sage ich ganz offen. Ähm, gab es zum Beispiel eine Firma, mit der habe ich auch schon mal zusammengearbeitet und die wollten wieder ein Placement mit mir machen. So, das Ding ist, die haben dann bei meinem Management angefragt und haben mir halt schon was geboten gehabt, wo ich auch meinte, nein, weil das halt echt einfach absolut dreist ist. Das Ding ist, meine Videos momentan, wenn ich hier mal einfach auf meinen Kanal gucke, im Durchschnitt haben die so eigentlich momentan 200.000 bis 300.000 Aufrufe. Also, manche Videos haben auch 400.000, manche haben 350.000, aber das Mindeste eigentlich auf meinem Kanal ist 200.000. So, und ich bin keiner, der jetzt irgendwie die höchsten Preise oder sowas dafür nimmt, ne, ich bin noch neu, ich bin nicht so super reich, also ich verdiene mega gut. Oh ja, ich weiß, worauf ich hinaus will, ja. YouTuber in den anderen Branchen ist das nicht viel, was ich halt habe und da nimmt man natürlich jeden Cent mit, ist ja klar. Also, wenn es eine Sache ist, hinter der man stehen kann und Lootboy. Ähm, ach, geil, heftig. Okay, so, auf jeden Fall lief das halt so ab, dass die mir halt einen Betrag geboten haben, nochmal, die haben nämlich den Fehler gemacht, was auch richtig dumm war. Die haben einfach per CC irgendwie 50 YouTuber angeschrieben. Das ist ja schon mal absolut unseriös und ich meinte dann so, Spaß, ja, für 25.000 Euro, ich nehme das Angebot an, Dankeschön. Hat die mich halt wirklich angeschrieben, meinte so, oh, war das ernst, ja, wir könnten dir 5.000 bieten. So, das Ding ist, 5.000 Euro. Weil mein Management war es sogar mehr, lustigerweise, also die haben mir dann weniger geboten als meinem Management. Also, ihr müsst euch das vorstellen, bei diesem, äh, Placement, die mich dann geschrieben haben, war es, äh, war es auch so, ja. Ähm, die haben, Alter, ich kann das wirklich nicht ernst nehmen, ja. Die schreiben zu mir, ja, wir würden dir, also wirklich, also, also der Preis, ne. Also, ich habe noch nie einen respektloseren Preis gesehen als diesen Preis, den die mir andrehen wollten, ne. Also, das war wirklich, es war, es war von vorne, also, so ein, also, den Preis hätte ich nicht mehr angenommen, würde ich 10.000 Aufrufe machen. Äh, und da sagen die mir dann, naja, ihre, ihre Klickzahlen sind aber auch sehr, sehr schwankend. Und dann habe ich gesagt, hä, ich mache im Durchschnitt über 30.000 Aufrufe pro Video. Wo sind meine Klickzahlen schwankend, haben sie sich mal meinen Kanal angeguckt und dann so, äh, ja, ihre Klickzahlen, die sind sehr schwankend, deswegen das Angebot. Ich so, die Klickzahlen sind nicht schwankend, wollen sie mich gerade eben komplett, ich habe dann auch wirklich gesagt, ob die mich, äh, ob die, äh, gerade einen Spaß machen oder so. Ne, die müssen sich bloß einmal auf meinem Kanal umschauen, dass die Klickzahlen nicht schwankend sind, Alter, was ist da los? Das ist frech, ja, wenn sich jemand nicht mit meinem Kanal beschäftigt und dann aber irgendeine freche Aussage raushaut. Das hat auch gar keinen Sinn gemacht. Ich habe mal verkehrt angesprochen, ja, gut, das kann sein. Vielleicht wissen die das, aber selbst wenn ich das abziehe, war es einfach weniger. Macht also auch überhaupt gar keinen Sinn. Und der Betrag, wie gesagt, das war ein 5K, ist halt einfach absolut lächerlich. Aaron Troschke zum Beispiel hat ja schon mal darüber geredet gehabt und hat auch gesagt, pro 100.000 Aufrufe kann man mit 5.000 bis 10.000 Euro rechnen. Das heißt, wenn ich im Durchschnitt, sagen wir, 300.000 Aufrufe mache, wäre ein Placement 15.000 bis 30.000 Euro wert. Wie gesagt, bin ich jetzt keiner, der unbedingt darauf beharrt, jetzt 15.000 zu kriegen. Ich mache es auch für 10.000, wenn es mir gefällt, vielleicht auch für 8.000 oder so. Kommt halt auch immer darauf an, wie man halt handelt. Gibt auch Firmen, da sage ich, nee, ihr seid groß genug und ich weiß, dass das gut bei mir ankommt. Das mache ich für 20.000. Ist bisher noch nicht vorgekommen, aber, ähm, ne, also ich meine, ich bin keiner, der sich jetzt darauf festet. So, aber 5.000 für 300.000 Aufrufe ist halt wirklich absolut dreist. Bei meinem Management war es zwar... Ja, das ist, äh, für seine Größe ist das dreist, ja. Muss man einfach mal so sehen. Okay, wir machen weiter. Immer mehr, aber auch nicht so, dass man sagt, okay, das ist ein Preis, den man irgendwo verstehen kann. Plus, wie gesagt, muss ich ja da sogar noch Prozente abdrücken. Ähm, und das ist halt, finde ich, einfach absolut dreist. So, natürlich wollen die halt Geld sparen, wo es geht. So, das Ding ist aber auch, dass sie sich halt nicht mal dann hochhandeln lassen. So, also ein bisschen mehr wurde halt rausgehandelt. Die haben vorher weniger gebietet, dann ein bisschen mehr, aber auch nicht viel. Wo ich mir auch so dachte, so, Bro, wollen die mich eigentlich verarschen? So, also das ist ja wirklich einfach, die versuchen wirklich die Leute abzuziehen. Die bieten absolute Dumpingpreise. Und entweder du machst es halt, die gehen dann auch nicht hoch. So, sondern dann ist es denen halt egal. So, was ich halt wirklich einfach absolut dreist finde. So, dass man halt wirklich... Es gibt so wenig Geld dafür zu bieten. Und bei meinem Management haben die sogar noch gefragt, was ich mega dreist fand. Ja, die hoffen natürlich auch, wenn ein Video was gut Reichweite bringt. Ja, Mann. Da integriert zu werden. Zum Beispiel ein Cimex-Video oder so. Wo ich mir auch so dachte, Alter, ihr zahlt den lächerlichsten Preis, den ich... Das finde ich sehr, sehr frech. Wenn du schon in... Also wirklich im Gegensatz zu jeder anderen Firma einen sehr, sehr beschissenen Preis aushandeln möchtest. Und dann sagst du ja bitte in einem Video, was zu 100% sehr klickstark sein wird. Es ist einfach frech. Ja, also sowas ist dann ein Fall für Kaffee und Kuchen. Ja, wo gerade wenig Klicks am Start sind. Und nichts weiter. Ja, das finde ich frech. Also manche Firmen, die sehen nur sich und denken, sie sind so die Einzigen. Und können dann darauf beharren, es ist lost. Was ich je bekommen habe, also für die Klicks halt, die ich halt habe. Und stellt dann noch Ansprüche, dass ihr in guten Videos zu sein wollt. Ja, ich kann euch in Kaffee und Kuchen für 6.500 Euro einblenden. Das kann ich gerne machen. Aber doch nicht in einem Video, wo ich weiß, dass es 300.000 oder 400.000 Aufrufe kriegt. Also das ist ja wirklich super dran. Da kannst du ja ablegen, natürlich kannst du das ablegen. Macht doch ja auch. Ich habe da mit denen, also privat, ich habe die halt so auch gesagt, so das ist absolut dreist. Und mit denen habe ich ja schon mal gearbeitet und die haben mir dann halt die Zahlen gesendet. Das Ding ist, dass wir halt in einer Gruppe, wo auch noch andere YouTuber drin sind, also eher so, ich will jetzt hier keine Namen oder sowas nennen, aber es sind auch andere YouTuber, mit denen ich Kontakt habe. Die haben da auch mit denen geredet und die haben auch ihre Zahlen bekommen. Und ein YouTube-Kollege von mir, der ein bisschen kleiner ist im Kanal und deutlich weniger Klicks macht. Und nein, es wird nicht von mir gesprochen, glaube ich. Hat deutlich mehr Abonnenten da, also mehr Spieler quasi dafür bekommen, halt mehr Leute, die das halt genutzt haben. Und dem haben die einfach noch weniger geboten als mir. Obwohl die ja beim ersten Mal gesehen haben, dass es denen viel, viel mehr gebracht hat als bei mir. Ja. Weil der natürlich kleiner ist und so gedacht haben, gut, den können wir halt abziehen. Ich glaube, er meint mich genau das. Also nicht mal da versuchen sie faire Preise zu zahlen, sondern selbst Leute, mit denen die profitieren, wo die wissen, okay, das läuft. Selbst da versuchen die so ehrenlos Mini-Preise rauszuhandeln. So, und das Problem daran ist halt einfach, wenn es zum Beispiel YouTuber gibt, die jetzt das Geld benötigen. Sei es zum Beispiel, weil die vielleicht viele werbefreundliche Sachen haben oder weil die das Geld gebrauchen oder weil die generell sagen, na gut, bevor ich gar nichts kriege, ist 3.000 oder so mega gut. Jetzt nur mal so als Beispiel oder 5.000 oder so, dass man sagt, das nehme ich auf jeden Fall. Weil machen die das halt und dadurch drücken die halt auch generell die Preise für andere Creator. Weil das Ding ist, diese Firma kann sich jetzt entscheiden, okay, KuchenTV haben wir 5.000 geboten, der hat Nein gesagt. Bei dem anderen YouTuber, wo es besser lief, der sagt vielleicht für 3.000 Ja oder für 2.000 oder was weiß ich, halt irgendwie sowas. So, dann werden die natürlich bei mir nicht höher gehen, sondern werden sagen, na dann gehen wir halt nur da hin und bleiben halt bei diesen kleinen Preisen und versuchen es bei anderen YouTubern weiter. Das ist halt das Problem. Deswegen kann ich euch als Creator halt nur den Tipp geben, wenn ihr es nicht nötig habt. Also es gibt immer Punkte, wo ich auch sagen würde, ja, macht das. So, wenn ihr Geldnöte habt, wenn ihr Geld braucht, wenn ihr gerade irgendwelche, wenn irgendwelche Kosten auf euch zukommen oder sonst irgendwas, nimmt es an, gar kein Problem. Aber wenn ihr darauf nicht ankommt, dann nehmt solche Dumpingpreise nicht an. Denn das Ding ist, dass das dann für alle sinkt. So, ne, mit der gleichen Firma hatte ich nämlich auch schon mal da deswegen Probleme, weil wo ich das erstmal mit denen zusammengearbeitet habe, haben wir auch versucht, mehr rauszukriegen. Und die konnten uns 3 YouTuber nennen, die alle für ähnliche Preise das gemacht haben. Wo ich mir so dachte, Alter, so, komplett unter Wert verkauft. Ich habe das damals aber auch gemacht, ne, weil Schulden und so weiter, ne, weiß man ja, ne, da gab es halt ein paar Probleme. Da war man froh, wenn man Geld gehabt hat. Ähm, und da habe ich mir aber auch gedacht, Alter, das ist schon ziemlich dreist eigentlich, ne, dann die, die... Ja, weil man sich jetzt, ne, wenn man sich das jetzt aus unserer Perspektive anschaut, wir hatten gestern Abend ja das Gespräch gehabt schon über dieses Placement und so. Alter, für uns sind ja auch 5.000 Euro geisteskrank viel, ja. Ja, also das, das verdient man so im Monat nicht einfach so. Also 5.000 Euro ist, holy moly, ja, das ist, äh, krass viel. Muss es aber halt in Relation setzen, wenn Tim halt im Durchschnitt 30.000 Euro im Monat macht, sind 5.000 Euro ein Sechstel von seinem Lohn. Ja, also von daher ist das da nicht, nicht mehr ganz so viel. Ähm, deswegen muss man das immer in Relation setzen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, also 5.000 Euro, ich würde aus allen Wolken fallen. Ich würde ohne zu zögern wahrscheinlich Ja sagen, wenn dieses Placement halbwegs seriös ist. Und dieses Placement, wovon gesprochen wird, ist an sich ein gutes Placement. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Placement. Also, ähm, nicht verwerflich, alles cool und bringt einem auch was. Und es ist dann einfach schade, dass die dann solche Preise raushauen, ja, beziehungsweise auch teilweise respektlos schreiben. Ja, die haben auch relativ respektlos geschrieben. ... halt so abzudingsen. Natürlich, jede Firma möchte halt Geld sparen, aber ich finde, es hat immer was mit Respekt zu tun, wenigstens normale Angebote zu bieten. Wie gesagt, die müssen nicht mit 15.000 kommen, die müssen auch nicht mit 10.000 kommen, aber 5.000 für 300.000 Aufrufe, das ist ein TKP. Wenn man sagt, 50 ist so der unterste Durchschnitt, sage ich mal. Bei 300.000 Aufrufen 5.000 Euro zu zahlen ist ungefähr 15 oder 16, 17 ungefähr. 16 statt 50, das ist respektlos. Das ist meiner Meinung nach wirklich absolut respektlos und zeigt, dass man überhaupt keinen Respekt vor der Arbeit der Creator hat und vor der Reichweite, die man da halt für bekommt. Finde ich halt, wie gesagt, einfach absolut dreist. Hätte man bei jeder großen Firma gar keine Chance mit, YouTuber, selbstständig, Einzelunternehmen, bla bla bla, ist das immer noch mal was anderes. Aber sowas zum Beispiel finde ich einfach mega dreist. So, muss ich auch sagen, habe ich dann auch nicht angenommen, aber ich habe gesagt, ey, fickt euch ganz ehrlich. So, entweder ihr kommt jetzt mit einem normalen Preis an oder ihr könnt mich mal, weil ich da halt einfach keinen Bock mehr drauf habe. Dann, ne, also ich bin ja gerade in der Position, ist natürlich krass, ich könnte jetzt 5.000 Euro mehr haben oder halt noch mehr, ne, wenn ich das Management-Ding da angenommen hätte. Aber ganz ehrlich, ich finde auch für die anderen Creator einfach als Zeichen zu setzen, dass man solche Sachen halt nicht annimmt und dass sich die Preise halt nicht immer weiter runter gehen. Weil das ist ja auch das Problem, so, wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du hast drei Friseurläden in einer Reihe, so in einer Straße. So, die wollen natürlich alle ihre Kunden haben, so, das heißt, wer jetzt zum Beispiel Raid Shadow Legends zum Friseur will, dann wird er natürlich dahin gehen, wo es am günstigsten ist. Es ist nicht Raid gewesen, ich habe das jetzt einfach nur so gesagt. Ne, sagen wir mal, der eine bietet den für 9 an und da muss der andere runtergehen auf 8, auf 7, so. Da musst du immer weiter runtergehen, bis du irgendwann das erreicht hast, wo du nicht weiter runtergehen kannst, wo aber auch keiner Gewinn macht. So, deswegen ist es eigentlich klüger, zumindest mal zu sagen, dass man halt wirklich versucht, dass sich YouTuber halt nicht so prostituieren, sag ich mal, für irgendwelche Firmen, für irgendeinen Gammellohn, sondern dass man wirklich sagt, nein, so, das Mindestmaß an Bezahlung sollte es halt schon geben. So, weil damit helft ihr auch anderen Creatern, wenn ihr das macht. Wie gesagt, kleinere YouTuber oder Geldprobleme, bla bla bla, nehmen wir mal raus. Aber so an sich, kein großer YouTuber würde solche Placements annehmen. Und deswegen versuchen die das halt bei Leuten wie mir. Weil ich mir auch relativ groß arbeite, so, unser Mainstream-Bubble halt. Wie gesagt, finde ich auf jeden Fall respektlos. Das sind so die Dinge, über die ich einfach mal quatschen wollte, weil ich es halt, wie gesagt, einfach sehr dreist finde. Und ja, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ja, äh, Buchen inne. Das ist eine tscheze.